Für seine Mutation zur Echse hat Eric keine Kosten gescheut. 250.000 Dollar hat er für das Anspitzen der Zähne, das Spalten seiner Zunge und über 700 Stunden beim Tätowierer bezahlt. Diese Runderneuerung katapultiert ihn direkt in die Top Ten der Heavy Mods, der extremen Körpermodifizierer und Stars der internationalen Piercing-Szene. Seit seiner Verwandlung fühlt sich der Freak Eric richtig wohl in seiner Haut. Ich kann der Welt hoffentlich ein positives Bild von Fremdartigkeit vermitteln. Für mich wird ein Freak nicht einfach durch Abnormität definiert, er definiert seine eigene Abnormität. Natürlich kriege ich öfter zu hören, was du getan hast war falsch, das ist grauenvoll. Ich bin dann auch heilfroh, wenn mich solche Leute meiden. Mit denen könnte ich sowieso nie befreundet sein. Selbst ohne Tattoos würde ich keine Freunde wollen, die so voller Hass und Vorurteile sind. Ich will mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Und wenn mein Äußeres sie abschreckt, umso besser. Bevor er zu Lizardman wird, hat Eric das Berufsziel Philosophie-Professor. Drei Jahre Bedenkzeit nimmt sich der Bodymod-Freak, bis er den Sprung wagt und sich von der Normalität verabschiedet. Das Gesicht ist lange Zeit eine Hemmschwelle. Doch eines Tages wechselt Eric die Seiten und macht sich damit Zeitlebens zum Jahrmarkt-Monster. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in einem Ort mit 1500 Einwohnern, aber zehntausenden Kühen. Es gab dort nur drei Fernsehsender und einer davon sendete aus Kanada. Ich hatte schon von Tätowierungen gehört, sah sowas aber nicht täglich. Erst auf dem College waren sie überall präsent. Und ab da beschäftigte ich mich auch mit dem Thema. In der Uni-Bibliothek fand ich ein Buch über japanische Tätowierungen und sah darin zum ersten Mal eine Kunst. Das war anders als meine begrenzte Erfahrung aus Amerika, wo man mal ein Tattoo hier und mal eins da hat. Das waren Ganzkörpertätowierungen zu bestimmten Themen. Ich wollte aber kein japanisches Körpertattoo, weil ich keinen Bezug zu dieser Kultur habe. Aber mir gefiel das Prinzip. Ich dachte, das will ich auch. Aber es muss zu mir passen. Also ließ ich mich vom Zirkus und von Sideshow-Künstlern inspirieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jahrmarktmonster, wie hier in dem spektakulären Film Freaks von Todd Browning aus dem Jahr 1932, befriedigen mit ihrer Missgestalt zu dieser Zeit die Sensationsgier des Publikums. Bis zu ihrem Verbot in den 60ern, wegen menschenverachtender Ausbeutung, sind sie die Helden der Sideshows. Mit eigenen Truppen gastieren die Freaks neben den großen Zirkusshows, die durch Amerika ziehen. Historiker sehen in diesen Massenspektakeln mit Monstern, Striptease und Klamauk den Ursprung des Genrefilms und des Fernsehens. Eric findet besonderen Gefallen an den Reptilmenschen, wie man sie auf diesen Transparenten aus den 30er Jahren sieht. Es ist ein großer Schritt von gar keinem Tattoo zu einem Ganzkörpertattoo. Das ist, als wäre man noch nie einen Marathon gelaufen und beginnt gleich mit dem Supermarathon. Ich konnte mich nicht einschätzen. Und für den Fall, dass ich mit Tattoos nicht klarkam, beschloss ich, ich lasse mir erst eins auf der Schulter stechen. Und wenn ich das packe, mache ich weiter. Ich hatte den ganzen Entwurf im Kopf, ging aber schrittweise vor. So hätte ich jederzeit aufhören und sagen können, jetzt reicht's. Ich habe mein Bestes gegeben und für mich ist es komplett, auch wenn ich das Projekt nicht zu Ende gebracht habe. Auf den früheren Jahrmärkten, wie hier auf Coney Island, New York, treten nicht nur Menschen mit angeborenen Missbildungen auf. Manche machen sich auch freiwillig zur Attraktion. Zum Beispiel The Great Omi, der mit seiner Show um die ganze Welt gezogen ist. Und auch Eric ist heute ein eigenständiger Show-Act. Das ist zeitlos. Nummern wie Schwertschlucken oder das Nagelbrett gibt es seit Jahrtausenden überall auf der Welt. Manchmal sagen die Leute, oh nein, schon wieder das Nagelbrett. Und trotzdem funktioniert das schon ewig. Man muss nur den richtigen Dreh finden, um es seiner Generation zu vermitteln. Erich steht derzeit bei einem modernen Zirkus unter Vertrag. Seit fast 100 Jahren präsentiert die Ripley-Produktionsfirma, wie hier im Fernsehen, kuriose Geschichten, die unglaublich, aber wahr sind. Bis zu seinem Tod 1949 bereist der Zeichner Robert Ripley die Welt und besucht unter anderem die Chivaro, die Schrumpfkopfjäger vom Amazonas. Über 100.000 Cartoons liefert er an Amerikas große Tageszeitungen. Und heute gibt es ein Markenzeichen, believe it or not, in Form von Büchern, Fernsehsendungen und Museen. Lizardman ist ein internationaler Botschafter und tritt in die Fußstapfen von Jack Palance. Ich verdanke Ripley eine Menge. Nur deshalb gibt es mich. Als Kind faszinierten mich diese skurrilen Sachen und Zirkuskünstler, die ich in den Ripley-Fernsehshows oder in Büchern gesehen hatte. Eines Tages wurde mir klar, dass ich nicht nur gern darüber las, wie viele andere Leute auch, sondern dass ich dazugehören wollte. Viele sehen sich Akrobaten und Feuerschlucker an, wollen das aber nicht selbst werden. Ich dagegen wusste schon als Kind, dass ich auch so sein wollte. Im Jahr 2010 ist Lizardman auf allen großen Rockfestivals zu Gast, mit seiner Band Lizard Skinnard. Der bisherige Höhepunkt ist sein Wachszwilling im Ripley-Museum in Hollywood. Ich habe schon mit den Jungs geredet, die wollen noch mehr davon bauen. Meine Armee nimmt Gestalt an und nach und nach erobere ich den Planeten. Die alten Sideshows waren eine Welt für sich, weil diese Leute sich nur untereinander akzeptierten. Es gab einerseits die Sideshow-Künstler, die für sich eine Einheit bildeten, und andererseits die Stadtbewohner. Und die sagten, mit den Zirkusleuten haben wir nichts zu schaffen. Es ist heute noch wichtig, Zuschauer mit neuen, fremdartigen Dingen zu konfrontieren, um ihren Horizont zu erweitern. Aber nicht, um zu sagen, hey, ich bin anders als du, sondern sieh mal, was alles möglich ist. Statt eines irritierten, was ist das? Wo gibt es denn sowas? Heißt es heute eher, oh, sieh mal, was man alles machen kann. Hey, sieh mal, was man alles machen kann. Voilà, du bist genial.